Was ist dein Ernst? Was für eine Frage? Wenn ich die Möglichkeit habe? Check, check. Gib ihm alle! Na, mach da nix. Ein schönes Bild an sich. Ein bisschen unprofessionell, aber... Immer bei einer Linie, immer bei einer Linie. Blut, blut. Blut, blut. Na, wie es geht nix. Wir hau jetzt mal ein Bild rein. 100 Euro, 200, 2 Linien! Eine Linie oder? Zwei, so? Nein! Kollege! Aber die AGs hast du schon mal 10 Stück! Schade, ich wollte den dabei haben im Spiel, aber der haut jetzt noch mehr raus. Das ist geil, da müssen wir halt drei, vier Linien geben jetzt. In so kurzer Zeit. Boah! Und jetzt hast du Wörterland? Ja, das ist auch der Mann. Zwei Linien gibt's. Und da unten auch. Jetzt geht's langsam los. Herzlichen Glückwunsch den FC Bayern. Bayern, Bayern, ich kann das nicht mehr hören. Ich gehe davon aus, die haben's gekauft. Ja, schickt uns ein Album, man sprach nach rechts. Jetzt stimmt. Würde mich durchaus interessieren. Schöne Damen und Herren. Und weiter geht die Reise. Ein schöner. Jetzt Diamant. Oh komm, Diamant. Wenn der 30 mal gibt, der gibt der. Malaga. 220, ja. Schade, ich hab gedacht, das sind zwei Linien dort. Weil der zählt ja meistens oft auch so. Ich komme fast immer aufs Gleiche. Und noch mal. Ja, oh, oh, wach Mann, Alter. So schlecht. Egal, was du aufmachen. Mach mit denen wenigstens die Diamanten-Taler. Egal, was du aufmachen. Was ist das? Smarag, Nebelin. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich das mitnehmen, gell? Das letzte Dreh wahrscheinlich. Nee, ja. Äh, letzte Chance, Alter. Machen wir nochmal das Voll, Alter. Die, da, 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 die, da. Ja, nee, das ist nicht so. Einfach gleich wieder so viel.